Ihr Lieben, ich komme gerade aus einer Notfall-Eilungssession mit einer Klientin und ich bin so, so dankbar, dass ich mittlerweile so coole Tools gelernt habe, um in 75 Minuten ein tiefliegendes Thema auflösen zu können. Ja, ich bin noch ganz beseelt. Ich liebe, was ich tue und wünsche euch eine schöne Nacht. Erholt euch und kommt morgen gut in die neue Woche. Ich habe mir vorgenommen, wieder um 4.44 Uhr beim wöchentlichen Morgenstart dabei zu sein. Ich hoffe, dass mein innerer Schweinehund mich morgen aus dem Bett springen lässt voller Euphorie. Habt eine gute Woche und ich glaube, wir gehen ja schon Richtung Neumond. Wenn ich das richtig sehe, irgendwie nächste Woche. Ja, das wird, glaube ich, sehr spannend. Es ist ein aufregendes Jahr. Ich wünsche euch was. Tschüss. ? ! ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020